Hallo, ich bin Shen. Das ist eure Wedding Salon, das ich 2016 gegründet habe. Ein kleines, aber feines Brautmodegeschäft in der Kölner Altstadt. Mittlerweile haben wir auch ein Atelier und Outlet in der Gleisingstraße und zusammen mit meinem sehr süßen Team wollen wir jeden Tag die Bräute aufs Neue glücklich machen. Fand ich gut, fand ich richtig gut.